Musik So, Yashoda, denn Zeig mal was du kannst Einmal hattest du ja schon recht Und was und Heute ist Yashoda denn doch Deutschland-Fan Und man kann sehen Siehst du, einmal reicht Ja, 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 ja Guck mal hier So, aufpassen Also Portugiesische ist auch drin, wie wir alle sehen So, ja, dann drücken wir mal der deutschen Mannschaft Die Daumen Dass sie das diesmal ein bisschen besser hinkriegt Als letztes Mal Und dann hoffen wir alle auf einen schönen Sieg Gegen Portugal Und wir würden uns natürlich auch wünschen Dass Yashoda auch wieder recht behält Und dass wir uns denn am Dienstag zum Elefanten-Torakel alle wiedersehen Dankeschön Ja, Yashoda hat heute die Deutschland-Fahne gezogen Wir hoffen mal, dass sie wieder recht behält Letztes Mal die Frankreich-Flagge Sehr erfolgreich für Yashoda Für uns Deutschen Nicht so erfolgreich gelaufen Aber jetzt hoffen wir mal auf das Portugal-Spiel Und hoffen, dass Yashoda recht behält Und dass die Deutschen ein gutes Spiel machen Und dann hoffen wir mal auf das Portugal-Spiel 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 Vielen Dank.